Wartungs- oder Öl-Service Anzeige zurücksetzen beim neuen Toneo Connect. Zündung einschalten. Dann mit den W-Tasten ins Menü Restreichweite und OK-Taste für ca. 5-6 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen. Und dann kommt man in dieses Menü und da kann man den Service zurücksetzen oder Inspektion zurücksetzen, Öl-Service zurücksetzen und noch so ein paar Sachen. Da würde man praktisch jetzt auf Öl-Service zurücksetzen gehen, OK, Öl-Service zurücksetzen, und dann hat er es gemacht. Wenn man nichts macht, dann verlässt man automatisch das Menü nach ein paar Sekunden. Dann müsste man praktisch wieder neu reingehen, wenn man jetzt keine Tasten betätigt. Das war's.